Freie Wähler Landtagsfraktion. Meine Zuversicht 2021. Hallo, ich bin die Eva Gottstein. Herzlich willkommen bei unserer Aktion Meine Zuversicht 2021. Ich freue mich darauf, dass ich endlich wieder zum Friseur gehen kann, dass ich sinnlos einkaufen gehen kann, dass ich meine Enkelkinder in Bielefeld, in Mölbern, in Michigan am Bodensee sehen kann, dass die Hochzeit unseres Sohnes am Bodensee im August hoffentlich gut mit allen Gästen über die Bühne geht und ich freue mich aber natürlich auch, dass ich wieder die Eichstätter Parteifreunde sehe und dass man ganz normal wieder miteinander sich treffen kann.